Hoi zusammen! Wir sind's, Thirstpäffermubel. Aber das wisst ihr ja. Wir haben uns schon lange gesehen. Nein. Du wirst immer älter. Du auch? Nein. Du bist jünger. Hast du gestutzt? Also da, ich bin kürzer geworden. Hey! Wir müssen unseren Fans etwas erzählen. Was? Nächste Woche. Weisst du, was ist denn? Ja. Ja, den habe ich schon. Oh, jetzt habe ich es ja fast verkehrt gehabt. Nächste Woche ist das Judi-Hoi-Fest, das Prinz. Ja. Natürlich sind wir da wieder mit. Inklusiv-Sedi. Ja, der Sedi ist sicher auch wieder dabei. Aber wir sind dabei vor allem, oder? Ja, wir müssen am Freitag stehen. Ah, ist der Ball. Ja, das kann einfach nicht. Ja. Ja. Kann ich mich nicht vorstellen. Ja, er kann nicht. Und ich bin alleine mit unserem Managerin. Aber natürlich nicht auf der Uni-Reihe spendieren, ist klar, oder? Ja, ja. Aber am Samstag sind wir zusammen nicht, oder? Am Samstag haben wir Vollgas. Und zwar am Judi-Hoi-Fest. Am 4. und 25. Mai. Aber wir haben Vollgas gemacht. Am 25. Mai. Und zum Prinz. Natürlich. Am Prinzensee. Ja. Und? Unbedingt vorbeikommen, oder? Ja, logisch. Ich habe unbedingt vorbeikommen. Die, die faul sind, um zu laufen, weil es ist ein Stück weit vom Bahnhof weg. Es gibt ein Taxi. Es gibt ein Taxi, aber es gibt noch etwas Besseres. Es gibt ein Boot-Taxi. Es gibt ein Seetaxi. Wir hatten noch einen Gast, und der wickte die ganze Zeit zu Hause drin. Es ist sehr lustig. Ihr solltet das sehen. Ja. So, so. Jö. So wickrig. Ah, das ist unser wickrig. Also der Gast ist hier, und der sagt euch ganz klar, das Boot-Taxi gibt es nur bis zum 6 Uhr am Abend. Das reicht mir dir. Was? Das reicht überhaupt nicht. Zum K. Zum K. Weil ab 6... Kommen wir bis zum 6 Uhr, und gehen wir nach dem 6 Uhr. Nach dem 6 Uhr, ja. So früh? Also bis zum 6 Uhr am Abend ist die Boot-Taxi, bis zum 6 Uhr halb. Ich komme mit der Bühner Füffel und komme direkt auf das Festivalgelenk. Aber... Sie ist die Bootsführerin. Nein, das stimmt nicht. Mann. Meines ist? Ja. Das wäre yummy. Ja, das wäre yummy. Aber ich habe Angst zu verpacken. Ich empfehle euch allen, am Freitagabend, am 6 Uhr am Judeoefest zu sein. Weil zwischen 6 und 7 Uhr am Freitagabend spielt Def. Und Def ist die geilste Punkband im ganzen Berner Oberland. Und ich darf wieder nicht verpassen. Also, kommt am Freitagabend am 6 Uhr an die Judeoheu. Ihr werdet das Leben lang nie etwas Besseres sehen. Ha! Die Hirschpfeffermüben sagen das auch. Ha! Ja! Also! Kommt! Aber wenn ihr das Video seht, nicht vergessen. Was dürfen sie nicht vergessen? Liken! Liken! Teilen! Abonnieren! Und das Judeoheu-Fest kommt! Ja, richtig. Ja. Ja, ja. Warum reden wir überhaupt noch? Ja? Ja, nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Nein! Wir brauchen einfach einen Schlumpfenabend. Das ist übrigens auch ein Schlumpfen. Das ist übrigens auch ein Schlumpfen. Hoffentlich ist das Video... Wir sind im Judeoheu-Fest. Kommt mit dabei. Ciao, ciao! Hu!